Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Im Januar gab es einen großen Crusader Kings 3 Multiplayer-Stream und der hat sowohl uns als auch euch unglaublich viel Spaß gemacht. Deshalb gibt es jetzt eine Neuauflage und zwar morgen am Samstag zwischen 16 und 24 Uhr. Ja, es ist wieder ein 8-Stunden-Megastream. Neuauflage deshalb, weil wir neu starten. Es ist wieder ein One-Shot, das heißt, es wird nicht weitergehen. Alles, was passiert, passiert in diesen 8 Stunden. Die Beteiligten sind in etwa dieselben. Es gibt eine Veränderung. Shuyoka ist wieder mit dabei, Denzel von Rocket Beans ist mit dabei, Maurice von der GameStar ist mit dabei und diesmal Sepp von Pete Smith mit am Start. Und meine Wenigkeit, das heißt, wir sind wieder 5. Diesmal starten wir im Heiligen Römischen Reich im Jahr 1066. Ja, und ich glaube, es gibt auch keine großen Regeln. Es gibt wieder keine Siegbedingungen. Wir lassen uns mal darauf ankommen, was so passiert, die Eigendynamik des Spiels, auf die es in der Regel verlass. Ich freue mich sehr darauf. Also, es streamen im Übrigen fast alle. Ihr könnt also entscheiden, wo ihr schaut. Ich glaube, bei den Rocket Beans ist es noch nicht ganz klar, aber ansonsten alle anderen vier streamen auf Twitch, teilweise auf YouTube. Ja, wir sehen uns vielleicht. Bis morgen, 16 Uhr. Macht's gut, euer Steinwallen.